...holt nicht! Wohl, jetzt! Nur einmal langsam. Ich muss doch erst einmal in der Versammlung des Wader gibt, nämlich in den Kampf gehen. Also meine, hier bleiben bleibt, das Ergebnis schaut ja so aus. Als Vorstand beliebt werden und der Heidenhauser Hans. Und da möchte ich dich gleich bei allen bedanken für das Vertrauen, das ihr hier seht. Und jetzt tut unser Schlüchtschüler, der Georg, der Reiner, der Luhbauer und nur noch das andere gemacht. Also, das Ergebnis schaut allkermaßen aus. Ein Vorstand, ja, die haben wir ja gehört. Und als Spielleiter bei uns, bei der Münchenland-Mannschaft, als Dirigent, ist der Blaser-Stefan-Weldmann. Da habe ich ja in den Wolken schon gesagt. Und als Kassier ist der George Panicic-Weldmann. Ach, das geht natürlich auch recht herzlich. Ich bedanke mich alle für das Vertrauen. Aber es gibt Sicherheit, die wir auf das Feld schauen. Nicht, dass es schon etwas überflüssige Aussagen macht. Es gibt es ja jetzt nicht. Es fährt ja schon wieder dazwischen. Die Bindung nur im Verkünften, der noch gar nicht mehr gibt, zum Fahrtkopf des Tunerobils. Das hat sich auch zum Wahlergebnis. Ja, also wenn er passiert, der hört alle Türen. Das wissen wir schon. Den Türen geht es durch. Ja, also dann sind wir die Ausschussmitglieder. Reis Geopold und der Mühlberger Hans. Ja, das passt ja mit dem ganzen Vorstand schon. Bei allen möchte ich mich bedanken, die gewollt worden sind. Es freut mich, dass ihr aufgenommen habt. Und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Ich muss noch dazu sagen, dass wir jetzt endlich zusammengefasst sind in einem eigenen Verein. Ich glaube, dass das alles sicherlich gut wird. Und dass alle von uns auch drüber. Aber wenn es möchte zum Bedenken geben, hört ihr so weiter. Spielt es mit Herzblutheater. Und haltet alle zusammen. Wir wünschen euch einen schönen Auflacht. Weil das ist ja wirklich... Und dann genehmigt euch halt ein paar Masse. Verstehst? Und da hat einmal einer erzählt, da hat er gesagt, Ja, mit so fünf Masse, da kann es schon sein, dass es nicht so ganz gut ist. Man kann über alles reden, nur nicht über fünf Minuten. Darum bin ich fertig, Herr Bürgermeister. Das ist auch eine der angenehmen Aufgaben, wenn man Ozeit verdirft. Weil als Bürgermeister, da musst du ja um alles kümmern. Und ganz wichtig ist, Herr Reiner, also ganz wichtig ist, als Bürgermeister musst du dem lieben Gott immer und so dienen, dass du dir ja dabei nicht an Teufel verhältst. Und jetzt sagt Gott. Mit soviel Wagen? Mit soviel Wagen ist der Einige Sieger. Mit soviel Wagen ist auf dem Land teilweise. Amt wieder wunderschön Wagen ist. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018